Heute auf dem Rock'n'Wacken, unseren letzten Gig. Rack'n'Wacken. Ja. Ja, innerliches Blumenpflücken, würde ich sagen, oder? Ja. Fick dich. So, wir haben jetzt noch so ein bisschen was. Naja, in I'm trying noch, wie spät ist. Haben Zeit. Ja, also. Fange ich eigentlich an? Ich fange an. Prost. Das ist richtig, das ist der Argument. Was jetzt? Antwort. Das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020